Mainz TV präsentiert die 30 Top-Sportler Kärntens, unterstützt von Kärntens Sport und der Kelag. Hallo, mein Name ist Martin Grazer, ich starte für den LRC Klagenfurt und meine Sportart ist das Kugelstoßen. Wenn ihr Lust habt, gebe ich euch heute einen Einblick in ein typisches Trainingsprogramm von mir. Der Sport begleitet mich schon ein Leben lang. Mit dem Kugelstoßen habe ich mit ca. 14 begonnen. Mein Vater war Obmann des Leichtathletikvereins in Feldkirchen und dadurch war es naheliegend, dass ich auch irgendwann beim Kugelstoßen gelandet bin. Ich trainiere ca. 6 Mal die Woche, davon sind ca. 2 Kugelstoßeinheiten und der Rest besteht aus Kraft- und Schnelligkeitseinheiten. Zu meinen größten Erfolgen gehört sicher der österreichische Meistertitel und natürlich die Verbesserung des Kärntner Rekordes von damals 1682 auf jetzt 1872. Ich bin Martin Grazer und mein Ziel ist es im Jahr 2012 den österreichischen Titel in Kugelstoßen zum 12. Mal nach Kärnten zu holen und wenn alles klappt, mich für internationale Wettkämpfungsqualifizieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017